Sie sind hier, 13. September 2018, 17.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Una Emery spricht über den Rücktritt von Mesut Özil aus dem DFB-Team Urheberrecht Getty Images Arsenal Trainer Una Emery sieht den Rücktritt von Mesut Özil aus dem DFB-Team positiv und erklärt seine ungewöhnliche Ansicht mit Özils Fokus Teammanager Una Emery vom FC Arsenal erhofft sich von Mesut Özils Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft positive Auswirkungen auf die Leistung des Mittelfeldspielers im Verein Wenn Spieler nicht mehr international spielen, tut es ihnen gut, sich nur auf ihre Mannschaft zu konzentrieren Für Mesut ist und auch für mich ist es wichtig, dass er seinen Fokus jeden Tag auf uns richtet, sagte Emery vor dem Ligaspiel der Londoner am Samstag bei Newcastle United Özil war nach Deutschlands Vorrunden aus bei der WM in Russland nach 92 Länderspielen aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten Der 29-Jährige begründete diesen Schritt mit rassistischen Anfeindungen und der indirekten Schuldzuweisung für die WM-Pleite wegen des viel diskutierten Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan Von zu hoher Belastung durch Länderspiele hingegen hatte Özil nicht gesprochen In Arsenals 4-Punkt-Spielen vor der jüngsten Länderspielpause war Özil in der zweiten Begegnung ausgewechselt und im anschließenden Match nicht eingesetzt worden Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF, 2020